Hey David! Mein Name ist David. David Wozniak. Ich rate dir, dass du dich niemals fortpflanzt. Ich bin schwanger. Du bist absolut unfähig, ein Kind großzuziehen. Zwischen 1988 und 1990 haben sie unter dem Pseudonym Starbuck Sperma gespendet. Deshalb sind sie der Erzeuger von 533 Kindern, von denen 142 ihre Identität erfahren möchten. Jo-no-soy David Wozniak. Jo-no-soy! Jo-no-soy! Weißt du, dass es der Traum eines jeden Anwalts ist, einen so bedeutsamen Fall zu verhandeln? Sie möchten erfahren, wer Starbuck isst. Was soll ich tun? Als Anwalt rate ich dir, nicht mehr in Fruchtbarkeitskliniken zu wichsen. Hallo, Papa. Jam Jam! Man sagt nicht Jam Jam! Mir ist klar geworden, dass diese Kinder jemanden in ihrem Leben brauchen. Sie brauchen einen Schutzengel. Jemanden, der über sie wacht. Mit der psychischen Unzurechnungsfähigkeit kommen wir auf jeden Fall durch. Ich habe keine psychischen Probleme. Genau so sagst du das dem Richter. Hm? Was würde ein normaler Mensch in so einer Situation tun? Ein normaler Mensch wäre nicht in so einer Situation. Ich werde dir zeigen, dass ich es verdiene, der Vater deines Kindes zu sein. Ich habe das weg. Doch hör mir los! Ein König regiert. Und dann stirbt er. Das ist unvermeidlich. Prometheus ist gelandet.